Norddeutscher Rundfunk 2021 Was? Was zum Teufel hast du da gerade gesagt? Du verdammter Zinnfäcker! Jetzt bist du am Arsch! Mehr hast du nicht, doch... Falsch, Kerl! Komm her, du Falschein! Wuh! Wuh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Köhler, irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Was ist an der Kreuzung geschehen? Was? Bin ein Freund von ihm. Von wem? Von dem Kerl, den ihr hergeschleppt habt. Ich muss ihm helfen. Bin ihm was schuldig. Versteht ihr? Ich weiß von nichts und hab auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, fragt Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Wer ist dieser Boris? Boris schwingt hier die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Lieber. 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 Lieber.